Ja, okay. Ich geh doch mal mit dem Heuer-Wokey-Game, was du wirst. Okay, Donkey Kong, komm erst mal mit. Hallo, Freunde. Ich hab jetzt erst mal doch von Elmo gerettet. Weil... wo auch immer... er auch sein mag. Dieser Elmo. Weil... Ach so, und meiner letzten Folge, wo Elmo noch kommt, geführt hat. Ich hatte sie ja leider aus Versehen auf dem Handy aufgenommen und auf dem Handy hatte ich halt, wie gesagt, kein Zugriff auf meinem Ayurugi-Game-Master-Fun-Kanal, halt nur auf meinem normalen Ayurugi-Game-Master-Kanal. Und deshalb... Oh, warte mal, ich will doch mal gucken. Ich musste das Video jetzt auf meinem Ayurugi-Game-Master-Kanal hochladen. Also guckt euch die Vorgeschichte zu diesem Video gerne auf meinem Ayurugi-Game-Master-Kanal an. Weil auf diesem Kanal konnte ich das leider auf die Schnelle nicht hochladen, weil ich das alles noch nicht so übertragen konnte. Ja, das Wichtigste ist es, aber ich habe gar kein Almo gerettet. Ja, endlich, endlich bin ich von Almo frei. Wir müssen Almo unbedingt finden. Das stimmt. Bevor Almo hier noch irgendwas anstellt. Was ist die Almo? Das wissen wir jetzt in die Kommentare. So. So. Jetzt mal. werde ich den noch ein Besuch am Start mit meiner Wahoo. 响 시en lång. Sprechバs. Inschte. Hoppa. Hoppaaa. Hoppa. Hoop, hoop, hoop. ich würde meine Mutter, lass mich in Ruhe. Freunde, was war das Leben? Ich muss älter finden. Wo ist denn älter nur hin? Sie war doch hier letztens. Die ist weg. Okay. Oder warte mal. Ich wollte so als sie sein kann, vielleicht dass sie noch mit einem Robi-Gamer im Zimmer. Ich muss meine Waffe erstmal dort mit hinnehmen und dann gegen einen Robi-Gamer kämpfen. Ja, okay. Was mit der Waffe klingt, das ist eine gute Idee. Was ist das sofort umsetzend? Okay, lieber Feuer. Und ich schwebe. Erstmal liegen wir vorne. Hier und hier. Und die Eltern suchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Donkey Kong. Was sah das gerade eben mit Elmo? Wo ist die Eltern noch hin? Ich musste den Leiden, wenn du nichts machst. Das war so klein. Ich bin da. Oh meiner, ich bin da. Ich werde ihn zu finden. Ich werde ihn zu finden. Und die sucht doch grün, man sagt, hallo, also. Okay, ich geh mal besser doch da oben auf ihn. Wo ist Elsa? Elsa, ich bin Selmö. Ich weiß, sie hat mich nicht, sie ist tot, aber ich werde sie wiederbeleben. So müsste ich aber wissen, wo sie ist. Oh, ich hab Elsa gefunden. So, wir gehen jetzt schnell hier raus. Sau, jetzt bin ich kurz hingefallen. Okay, aber egal. So, jetzt legen wir Elsa wieder an ihren Platz. Okay, wir fangen an. Oh, Elsa, ich bin Selmö. Los, wir machen wieder zum Leben. Okay, wir haben Elsa wiederbelebt. Okay. Jetzt ist es noch, kommen wir mal zu anderen, kommen wir dagegen, einmal zu kämpfen. Wir gehen dann schon mal ins Schlafzimmer. Okay. Okay. So, nimm mich mit. Okay, wo ist denn hier die Waffe hin? Okay. Okay, ich hab die Waffe gefunden. Okay, ich nehme sie. Damit mit Aiwoki Game Master natürlich noch snappen. Aiwoki Game Master. Wo bist du? Oh nein, Freund, dann ist er wieder Elmo. Aiwoki Game Master. Wo bist du? 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 Hast du den Elbo schon wieder? Okay, diesen Elbo machen wir platt. Was? Elter, du musst helfen. Los, mehr seht ihr in der nächsten Folge.